Kannst du etwas darüber erzählen, was Susi in Ré-Ragout-Rendezvous erwartet? Vor welchen Herausforderungen steht sie und wie geht sie damit um? Also ich musste jetzt Susi in den letzten Filmen ja mehr und mehr sozusagen in die reifere Frau bringen. Und das wurde mit einem großen Karriere-Schritt in diesem Film auf die Spitze getrieben, möchte ich es fast sagen. Ich muss einen Stellvertreter benennen. Sie machen das. Ich? Wir können jetzt den Männern zeigen, wo der Rubel hängt. Super. Franz? Ja, nein, ich weiß auch nicht. Wenn die Frau karrieremäßig an dem Mann vorbeizieht, dann ist der Eheofen aus. Vor welchen Herausforderungen steht denn deine Figur in unserem Film, Rudi Böckenberger? Der wird gerne weggedrängt und nach hinten gestellt. In die Unsichtbarkeit. Rudi steht vor vielen Herausforderungen in diesem Film, in Ré-Ragout, nämlich vor den gleichen Herausforderungen wie in den anderen Eberhofer-Filmen auch. Er kämpft um die Liebe von Franz. Er kämpft um die Liebe von Franz, so ist es. Und um die Aufmerksamkeit und die Liebe von Franz. Also da hat sich eigentlich nichts verändert. Du kannst ja gar nicht wissen, ob das das Ohr vom Steckenbiller ist. Sag mal, hast du dem da unbedingt Bescheid geben müssen? Über Anwesende spricht man nicht in der dritten Person. Was hat er denn schon wieder, der Rudi? Der hat bloß Angst, dass er seine Belohnung nicht kriegt. Was habe ich gerade gesagt? Stichwort dritte Person. Jetzt machen wir den achten Film, siebten Film. Den neunten. Es fühlt sich an wie der siebte mit dir. Wirklich. Was gut ist. Nicht schlecht. Es ist doch so, dass wir etwas tun, wo wir sehr verletzlich sind in Wirklichkeit. Auch wenn wir gut darüber spielen. Aber die Mehrheit der Kollegen und Kolleginnen ist so. Die ganzen Psychopathen, die Neurotiker sind und Narzissten sind, bei denen ist es wieder anders. Aber das hat einen anderen Grund. Aber bei denen, die halbwegs normal, oder ja, was ist normal, aber die halt eher so denken wie wir. Bei denen ist es doch so, dass sie einfach mit viel Angst mal an ein Set kommen. Und mit viel Angst an den ersten Drehtag rangehen, nicht schlafen können und nicht wissen, was kommt auf sie zu. Und wenn dann alle rundherum, wenn man alle rundherum schon kennt, mehr oder weniger, und vor allem die Kolleginnen und Kollegen kennt, dann ist das angenehmer. Und mit dem Sebastian und mit dir finde ich seit vielen Jahren es sehr familiär, oder? Das können wir doch so sagen. Was machst du da für einen Aufriss? Muss das sein? Du stell dir vor, mein kleiner Vermisstenfall hat eine spektakuläre Wendung genommen. Ja, und zwar in Richtung Kapitalverbrechen. Dem Franz ist ein Ohr zugeflogen. Und das könnte das Ohr vom Steckenbiller sein. Könnte. Franz, ich versuche gerade den Unique Sailing Point von Niederkaltenkirchen zu finden. Und du veranstaltest da ein Riesenbrimmbamborium wegen einem einzigen Ohr. Ich hab's ihm eh gesagt. Noch ein Wort und ich verweise sie des Tatorts. Wo so ein Ohrwaschel ist, ist meistens noch mehr. Ja. Ja, aber vielleicht gibt es auch eine ganz unspektakuläre Erklärung, warum hier so ein Ohr herumliegt. Ja, und zwar die, dass der Rest von dem Mensch da irgendwo rumflaggt. Ja, aber vielleicht ist es auch was ganz Alltägliches. Zum Beispiel, es ist ein rechter Schmarrn, was du hier veranstaltest. Ja, ich meine, der Susi hat ja da ganz schön fei unter dem Arsch. Wenn du nicht aufbaust, dann hast du bei dir bald nichts mehr zu melden. Hey, Fabi, komm, zähl mal. Sag mal, es ist Rotpippen. Bist du komplett angeregt? Das ist ein Korpus, der liegt. Fund, Fund. Das ist ein Leichenteil. Da hatten wir jetzt auch schon mal drüber geredet, dass ich am Set stehe und irgendwie weiß, boah, wir drehen jetzt die Szene und ja, die liest sich so leicht runter und irgendwie weiß man auch schon, wie die funktionieren kann als Tragödie in der Komödie und so. Und dann merkt man aber, da hinzukommen ist dann immer gar nicht so einfach. Das ist wie, wenn man einen Sportler sieht, der einen Flickflack macht. Ich habe gestern auch was drüber gelesen. Das ist ja diese komische psychologische Selbstbestätigung, dass je häufiger man einen Flickflack sieht, da gibt es eine Studie zu, desto eher denken die Leute, sie können den Flickflack eigentlich auch sehr schnell machen. Dass das Gehirn es einem vorgaukelt. Wenn man es dann anfangen würde, würde man feststellen, man hat 0,0 Kompetenz, einen Flickflack irgendwie mal schnell eben so zu machen. Und genauso steht man dann am Set und hat zu Hause die Szene runtergelesen, hat sich vorbereitet und denkt sich, ja, das passt schon irgendwie. Und dann stellt man fest, es ist nicht so einfach, sich den Moment zu greifen, das Timing sich zu greifen. Ich lerne nicht vier Wochen vorher schon den Text für die gesamte Zeit, sondern ich lese es hauptsächlich mehrmals durch. Regisseure, die sagen, ich möchte, dass du mit gelernten Text, wirklich, das ist deine Aufgabe, den Text zu lernen. Da weiß ich schon, das ist ein Regisseur oder eine Regisseurin, die diesen Beruf weder erlernt haben kann, noch irgendeine Ahnung von diesem Beruf haben kann. Denn was nie passieren darf ist, dass du an ein Set kommst und vorgefertigt mit diesem Buch, also kannst du, wenn du sagst, das Buch, das fertige Drehbuch ist der Moment, wo der ganze Film am besten ist. Wenn du diese Einstellung hast, dann kannst du das machen. Aber wenn du die Einstellung hast, das fertige Produkt soll das Beste sein und nicht das Buch, sondern das fertige Produkt soll das Beste sein, dann musst du mit der Einstellung an ein Set gehen, dass alles, was jetzt und in der nächsten Sekunde passiert, ein Geschenk ist und du damit lernen musst, umzugehen und das richtig einzusetzen kannst. Und dass wir das als Team in der Gemeinschaft gemeinsam zu einer idealen Lösung kommen. Deswegen geht es mir darum, was ist diesmal anders beim Birkenberger? Meistens nichts. Aber nichtsdestotrotz. Macht es das einfacher? Naja, der Rudi hat ein Grundproblem und das Grundproblem ist Armut. Armut und ein soziales Desinteresse, aber nicht meinerseits, sondern von der Solidarität ihm gegenüber sozusagen. Das sind die zwei Grundprobleme, die er hat. Er ist ein absoluter Außenseiter. Also der steht ja völlig alleine da. Und das bleibt natürlich immer gleich, dieses Grund, diese Grundhaltung, diese Misere bleibt immer so. Wann habe ich das letzte Mal gemeinsam eine Nacht durchgemacht, so ganz alleine? Wann habe ich das letzte Mal gemeinsam eine Nacht durchgemacht, so ganz alleine? Silvester 90. Das war noch bevor du mit der Susi zusammenpasst. Ja, aber da kann jetzt die Susi direkt auch nix dafür, gell? Ja. Es ist schön, wenn man wen hat, mit dem man alt wäre, ich kann. Warum kann ich nicht deine Susi füllen? Nö, du bist doch schon mal Rudi. Er wird immer zu wenig Geld haben. Er wird immer alleine sein, mehr oder weniger. Oder immer enttäuscht sein. Und immer irgendwie das Gefühl haben, er wird nicht ernst genommen. Das bleibt, das hat er einfach so. Insofern, da muss ich mich nicht mehr, da weiß ich, was auf mich zukommt. Jetzt ist die Frage eher die, wie sind die einzelnen Szenen, wie funktionieren die? Also wie ist das gebaut? Und ist das nur Klamauk oder ist es auch genug Drama? Ist es dramatisch genug? Ist es, kann man in die lustige Szene, kann man genug Ernsthaftigkeit von der Emotion, also von dem, du weißt wahrscheinlich, was ich meine, aber ich weiß nicht, ob der Zuseher das oder die Zuschauerin das versteht, kann man genügend, kann ich genügend Ernsthaftigkeit in eine lustige Szene bringen? Auf wem sein Feld hat man noch gefunden? Das darf ich nicht sagen. Ja, ich glaube, wir haben es dann. Ja, eine Sache noch, wegen der Belohnung, Überweisung oder Bar, was ist Ihnen lieber? Die Belohnung war eigentlich dafür, dass wir den Vater wiederbekommen. Ja, jetzt ist er ja wieder da. Ja, aber zerhäckselt. Ja, da ist er. Rudi. Steht auf dem Zettel drauf, Belohnung nur bei lebendig. Nein, auch nicht im Kleingedruckten. Haben Sie denn gar keinen Anstand im Leib? Wir haben gerade unseren Vaters verloren. Hey, Rudi. Susi gründet ja eine Social Media Task Force, um die der kalten Kirchen zu promoten. Also, und jetzt ist die Frage, wie stehst du zu Instagram, TikTok und Co.? Bist du selbst aktiv? Von mir weiß das jeder, dass ich es nicht bin. Jetzt ist deine Chance, was über China und TikTok zu sagen. Also, ich habe keinen TikTok-Account. Das Thema TikTok leuchtet mir nicht ein. Ich glaube, da werden Songs 20 Sekunden angespielt oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Inzwischen ist es mehr. Ach so, schau. Ich weiß nicht, ich war da auch noch nie. Ich habe bis vor ein paar Jahren gedacht, Tinder ist Twitter oder Twitter ist Tinder. Das habe ich aber gelernt, dass es zwei völlig verschiedene Dinge sind. Elmas hat sich gerade Tinder gekauft. Wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Wissen wir es? Wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Vielleicht würde er da nicht mehr so einen Weltanspruch haben. Nein, insofern finde ich TikTok nicht mehr ganz so scheiße, weil meine Tochter mir gesagt hat, es gibt irgendein Video von mir, glaube ich, auch im Rahmen des Eberhofer Kosmos, wo es 30.000 Likes oder irgendwas Likes gibt es da wahrscheinlich gar nicht. Und da war ich dann natürlich die angesagte geile Motta, die auf TikTok irgendwie 30.000 irgendwas hat. Keine Ahnung. Fand ich TikTok nicht mehr so scheiße. Nein, also ich bin bei Instagram. Ja, bitte folgt mir, damit meine Followerschaft noch größer wird. Lisa Maria Potthoff at Instagram. So ein Mann ist ein hochsensibler Mechanismus. Du streichelst die ganze Zeit dein Handy. Das ist ein Spiel, ich muss die fünf Minuten am Tag streicheln. Und ich hatte tatsächlich in meinem Leben noch nie einen Film, wo ich dermaßen an meine Belastungsgrenzen psychisch und physisch gekommen bin, habe ich den Eindruck. Aber es liegt natürlich auch daran, dass ich älter geworden bin. Ich glaube, dass diese ganzen Stunts wahnsinnig lustig und harmlos aussehen. Aber es war es für mich wirklich nicht. Also ich fand zum Beispiel auch eine Beinschere von der Jutokerin sozusagen auch nicht lustig. Klar, fand ich auch lustig. Aber jetzt auch nicht eine Selbstverständlichkeit zu sagen, das ist jetzt das Angenehmste, was ich mir vorstellen kann. Pauli, ich bin der Onkel Rudi. Den lerne ich aber nicht. Wie gefällt dir desto kleiner Peri-Essling? Auf geht's. Bitte nicht in die Güllegrube. Sag dir einfach, es wäre Fungro. So gut, das hat er.